Den Tag geklärt beenden Übung zur Reduktion von Stress Ich lade dich dazu ein, bei einer angeleiteten Übung mitzumachen. Sie zeigt dir, mit welchem geringen Aufwand du bezüglich belastender Ereignisse und Bilder, die dich am heutigen Tag beeinflusst haben, entspannter und gelassener werden kannst. Ereignisse und Bilder, bei denen schon der Gedanke daran für Stress oder Belastung bei dir sorgt. Nimm jetzt eine entspannte Sitzposition ein. Widme nun für zwei bis drei Atemzüge deine Aufmerksamkeit der Umgebung, in der du dich befindest. Dazu darfst du die Augen schließen. Schenke nun den Ereignissen und Bildern des Tages deine Aufmerksamkeit. Dies können Ereignisse und Bilder aus allen Lebensbereichen sein. Aus einer Beziehung, aus der Familie, aus dem Arbeitsumfeld oder anderen Lebensbereichen. Gehe den heutigen Tag in Gedanken durch. Fange mit dem Moment an, in dem du aufgestanden bist und ende im Moment dieser Übung. Lasse den Tag wie einen Film vor deinen Augen ablaufen. Achte dabei besonders auf Szenen oder Bilder, die unangenehm waren. Nimm dir mindestens eine Minute Zeit und lasse alles auf dich wirken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wo nimmst du diese Ereignisse und Bilder des Tages im Raum wahr? Vor oder hinter dir? Links oder rechts? Über oder unter dir? Wie weit weg? Wie nimmst du diese Ereignisse und Bilder des Tages im Raum wahr? Siehst du sie? Hörst du sie? Kannst du die Ereignisse und Bilder spüren? Wie reagierst du auf die Wahrnehmung dieser Ereignisse und Bilder des Tages? Welche Emotionen hast du? Welche Gedanken? Welche Körperempfindungen? Wie belastend ist die Summe aller Empfindungen, Emotionen und Gedanken bei der Wahrnehmung dieser Ereignisse und Bilder auf einer Skala von 0 bis 10? 0 keine, 10 maximale Belastung. Merke dir bitte diesen Wert. Jetzt wendest du die drei Sätze der Logosynthese an. Ich sage dir die Sätze in Teilen vor und du sprichst sie mir nach. Sage die Sätze hörbar vor dir hin und lasse sie einfach wirken. Du musst die Sätze nicht verstehen und brauchst nach dem Aussprechen nichts aktiv zu tun. Erster Satz Ich nehme alle meine Energie, die gebunden ist, in den Ereignissen und Bildern des Tages an den richtigen Ort in mir selbst zurück. Lasse die Worte wirken. Ich danke. Zweiter Satz. Ich entferne alle Fremdenergie im Zusammenhang mit den Ereignissen und Bildern des Tages aus allen meinen Zellen, aus meinem Körper und aus meinem persönlichen Raum und schicke die Energie dorthin, wo sie hingehört. Lasse die Worte wirken. Untertitelung des ZDF, 2020 Dritter Satz. Ich nehme alle meine Energie, die gebunden ist, in allen meinen Reaktionen auf die Ereignisse und Bilder des Tages an den richtigen Ort in mir selbst zurück. Lasse die Worte wirken. Lasse die Worte wirken. Lass die Worte es durchaus bringt. Per Frier Und嗎? Bis zum nächsten Mal. bilis. Und was ist jetzt? Wie ist es jetzt mit den Emotionen, Gedanken und Körperempfindungen? Wie belastend ist jetzt die Summe aller Empfindungen, Emotionen und Gedanken bei der Wahrnehmung dieser Ereignisse und Bilder auf einer Skala von 0 bis 10? Schaue einmal, wie sich der Belastungswert verändert hat, ob und wenn ja, wie er sich reduziert hat. Ich lade dich dazu ein, diese Übung regelmäßig zu wiederholen. Ich wünsche dir alles Gute, innere Kraft und Ruhe.